Willkommen bei Gestrandet. Hier sind die Gamestar-Community, hier auf dem Server mit dem Herr Blaze, dem Radamon, und dem Herr Wolfskin, jetzt hat er sich verraten von dem Tag. Sprachgewalt. Daniel von den Kombo-Helden, guten Tag, und wer eingeladen hat, ist natürlich Sinnerslikes aka Flo von den Kombo-Helden. Genau, hallo, und der Daniel hat ja auch noch auf dem Server rum, aber ist ja nicht im TS drin, ne? Zu viele Kombo-Helden. Der kommt gleich noch, der da. Und ich versuche gerade hier irgendwie Kisten zu finden, in denen Leute ihre Schwarzburger verloren haben. Ich baue uns mal Treppen, ja? Ich mache mir jetzt auch welche, hast du irgendwo hier in so'n... Ja, hier unten, ne? Naja, hier haben wir kein Pokémon runterzuholen, ich stell mir einen aufs Dach. What? Hier ist er. Geier. Ja. Ja. Der Blaze baut dann seine Pyramide und wir bauen hier unseren Party-Haus und der Sinner... Also ich muss ja gestehen, ich bin froh, wenn das Ding fertig ist. Die Pyramide? Ja. Sind deine Abonnenten wahrscheinlich auch. Meinst du? Ich muss noch mal im Turm weiterarbeiten, aber wie gesagt, ich kann nicht weiterbauen, ohne Material zu haben. Liebe Abonnenten von Herrn Blaze, wir würden es ganz interessant finden, rauszufinden, ob ihr dann genug davon auch habt oder ob ihr noch mehr von der Pyramide wollt. Dann baut er nämlich eine zweite. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Nein, also gegen eine zweite sträub ich mich definitiv, denn mittlerweile sind zehn Spitzhacken draufgegangen. Ich hatte Rathamons Laufpack gerade. Ist doch was Schönes. Der ist auf dem Dach sehr besonders gut. Ja, ich hatte Rathamons Laufpack. Das ist eine Krankheit, die ist ansteckend. Du läufst in eine Richtung, willst aufhören zu laufen und deine Figur läuft weiter. Das ist der Laufpack. Also sagen wir mal zumindestens, dass es seine Ausrede dafür ist, dass er ständig von irgendwelchen riesigen Höhenfelden stirbt. Rathamon, hast du dir schon mal überlegt, ob vielleicht dein Charakter einfach sagt, du hast mit ihm schon zu viel Minecraft gezockt, er kann dich nicht mehr leiden, er möchte sich in den Tod stürzen? Habe ich daran gedacht, dann habe ich mich mit dem Charakter von meiner Frau eingeloggt, das Gleiche. Vielleicht kann dich der auch schon nicht mehr leiden. So oft habe ich mit dem nicht gespielt. Zweite Hippie-LP-Folge, weißt du doch. Boah, ich muss billige Gags unterdrücken hier. Ne, mach ruhig. Ne, 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 ne. Es ist respektlos und sexistisch und... Ja, dass ihr damit kein Problem habt, ist mir klar, aber ich bin ein anständiger Mensch. So. Das wär mir neu. Soll ich jetzt Sachen aus Kisten anderer Leute klauen? Aus welchen Kisten? Keturier brauchst du einen Schwarz-Folver ja nicht, oder? Flo, jetzt hör doch mal auf damit. Also der Kisten-Claw wär ja nichts neues am Server. Lass Leute Sachen klauen? Ja. Echt? Machen die sowas Leute? Es kam zumindest schon vor. Wieso kann ich auf dem Block hier nicht bauen? Ich komm einfach off-screen wieder. Ich weiß ja nicht, was du dann machst. Guck mal, ich kann... Achso. Ich stand nur zu nah dran wahrscheinlich. Aber so klappt das nicht so richtig doll, ne? Ich lass dich mal weitermachen, na. Du machst das schon. Mach mal hier hinten weiter. Aber... Aber, 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 aber... Hast du irgendwie ne andere Idee, wie das funktionieren soll? Ja, bestimmt. Aber ich hab's mir noch nicht angeguckt. Gut. Ja, da macht nur die leichten Seiten. Das kann ich auch. Ich komm mal gleich zu... Da hat immer zu viel Gold. Ich komm mal gleich zu einer Schrägen. Irgendjemand hat zu viel Gold. Wieso? Rathamon. Keine Ahnung hier. Hey, Kat! Hallo Kat! Da ist er abgeschmiert. Bist du in der Stadtmitte, oder was? Da kannst du Gold haben, wenn du willst. Musst du nur Obsidian reinlegen. Na... Hab selbst nur einen Obsidian. Dafür kriegst du kein Gold. Ich brauche Schwarzpulver, kein Gold. Wir sollten uns hier auf der Insel mal impfen lassen. Gegen den Lauf-Bug. Auf jeden Fall. Fertig cool. Nein! Was macht die denn gerade? Also, meine Schräge geht. Ich weiß nicht, was du machst. Hinten noch meine Schräge geht. Mal gucken, was er hier treibt. What the... Was ist das? Jetzt willst du das auf, oder was? Ja klar, weil du willst nicht kurz sagen. Ich bin normal. Jetzt wird er eingesetzt. Gerade gucke ich nicht hin, dann setzt er einen. Boah. Das ist... Das ist... Ja! Ich geh jetzt hier weg. Das frustriert mich noch. Von da hinten wahrscheinlich heim ich zu. Toll, aber wieso, wieso... Ich... Ach, ich bin so ein Noob bei sowas. Ich bin so ein Noob. Macht ja nichts. Aber Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das ist ja schon mal was. Das sagt man immer so, ne? Aber ich weiß, ich bin mir... Aber es hilft nicht. Es war der erste Weg, aber es hilft nicht. Es ist doch scheiße aus. Ich glaube, ich lass das Rasa machen. Hier den ersten Kram. Als wäre der Zweite ein einfacher. Der Zweite ist... Viel... Der ist... Also... Naja... Vielleicht nicht. Ich glaube, wir haben auch viel zu wenig Holz. Was ich jetzt schon alles verbraucht habe. Diese einen Linien, ne? Komm her, ich zeig's dir. Ja, komm mal, warte. Komm mal, wir da hinten schon wieder rumstehen. Ja, ich seh's schon. Hier, pass auf. Du musst eine Treppe hier hinsetzen. Und dann die andere so da hinten. Das ist aber gefährlich, wie ihr hier arbeitet. Ach so. Was ist hier... Ja, nur nicht verkehrt rum. War eigentlich nicht den Block, sondern die Treppe. So. Und dann ein quasi so. Viel größer als du es zeigst. Dann ein so. Nicht mehr. Hört auf mich runter zu schlagen, so was, ne? Wie geht's schon wieder los hier? Das ist nur der Laufpark. So nicht. Doch, ey, zum Mäuse-Mäken ist das doch so. Ja. Und jetzt und hier... Da fehlt noch einer hier. Direkte? Ist auch niemand gestorben, oder die ist ja nix. Und dem muss man ein Jahr später setzen, sonst geht's nicht. Ach so. Wer... Wer... Wer ist wohl gestorben? Also, das sieht so aus, als wäre da irgendwas unten. Da habe ich das Schwarzbruch vorhin runtergeschmissen. Geh doch mal hin, Flo. Ja, das ist bestimmt schließt, wenn das da hingeschmissen hat. Ne, das ist nicht zwingend gesagt. So lange haben wir die Aufnahme gehabt. Aber wie sieht das Dach aus? Das sieht total schief denn hinter aus, ne? Also... Ja, äh... Ne. Ich finde, wir machen jetzt hier die Hälfte mit Sand voll, machen dann Wasser an der Zwischenräume, wo kein Sand ist, und stellen zwei Palmen auf. Fertig, Dach. Und vorher hast du's denn hingewiesen? Eigentlich ist das keine schlechte Idee. Weißt du das? Ja, aber das wird alles zuschneiden, ist das Problem hier oben. Ach, scheiße, stimmt. Das ist auch blöd. Und wer will schon Strand, der eingefroren ist? Ich kann ja einbauen. Also einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Hier ist nix. Oh, ist grad D-Spot, glaub ich. Kurz bevor du ankamst. Hm. Ich glaube, ich muss den mal eben runterschubsen und gucken, was du da mit dem Inventar hast. Also ich werde auch dafür. Okay, dann spielen wir den runter. Wo ist mein Pfeil und Bogen? Ah, da ist mein Power-4-Bogen. So. Komm mal hoch. Das ist schwer dunkel. Ist das hier nicht immer dunkel? Dann haut das doch nicht hin. Weil da keiner erzählt, das geht auch so nicht. Mir ist das zu hoch hier. Du bist ja auch ein Schummler. Du nimmst von der falschen Seite. Du musst draußen am Rand stehen. Du musst außen rum gehen, nicht innen rum. Aber... Aber, aber, aber... So viel Unnütze kann man hier unten. Ich auch nicht. Hast du noch jeden Tag aus den Treppen gebaut, oder was? Nein. Münder. Münder habt ihr eine vernünftige Teppichfarbenwahl. Und jetzt... Pink. Toll. Und hier ist es auch schon wieder falsch. Hier ist die Karottenfarm. Oder Kartoffeln, oder whatever. Kreppenkonstruktion für den Arsch. Das ist geil. Was? Wieso schließt das jetzt hier plötzlich ab? Was denn? Ich raff das nicht. Warum machst du meine Treppe kaputt? Doch gar nicht. Mach mal auf jetzt. Geh mal weg. Ich habe deserbted. Wo muss ich denn den Block quasi ansetzen damit der so funktioniert? An der unteren vorderen Kante, ja? Weil ich hab eben nicht so gemacht und zack. Guck mal. An der unteren hinteren Kante geht's auch. Okay. Ne. Wieso die hat es schon wieder so? Minecraft Technik die begeistert. Wieso? Ja. Ja, aber das ist doch egal. Wenn du die nächste Idee machst, musst du da irgendwie gerade werden. Echt? Ja, mach mal. So meinst du? Das gibt's doch nicht. Ich versteh das nicht. Warte, lass mich mal machen. Du hast es ja eigentlich hinten gemacht, oder was? Ne. Vorne im ersten Drittel quasi. Also ich mach immer hinten gegen. Vorne im ersten Drittel. Ne, dann wird der frumm. Sonst macht man ja auch nicht. Das ist echt blöd vor dabei. Ohne Witz jetzt, ne? Da komm ich mir echt blöd bei vorne. Ich bin jetzt nicht jemand, dem man häufig in seinem Leben gesagt hat, du bist echt doof, oder so. Aber hier ist irgendwie... Da wird ich gesehen. Ich hab ein Brot. Ich hab das passende Brotmesser. Soll ich dir was drauf schmieren? Ja, Schwarzpulver. Immer gerne. Ich hätt gern Zwiebeln mit. Oh, Zwiebeln mit. Oh, das wär auch schön. Oh. Schöne Ake, Peter. Laufback? Natürlich, Laufback. Was denkst du denn? Als würde ich von alleine hier runterfallen. Äh... Wieso ist hier... Wieso ist hier grad ne Druckplatte an und aus gegangen? Frag mal den Sinner. Flo? Ja? Hast du hier grad irgendwo ne Druckplatte gestellt? Ich bin da unten über den Tisch gelatscht. Nein. Achso. Das war jetzt der Laufback. Das war jetzt der Laufback. Das war die Zündung zum TNT. Ja. Jetzt fliegst du... Die Meierfluche mit hinten los. Aber hinten geht das auch nicht. Ich versteh das nicht. Dann kommt auch schon wieder so'n Scheißblock. Russell, ich würd aufpassen, ne? Ihr seid nicht so weit von mir weg. Du musst extra im Quadrat zum Relativitätsquadranten aufgestellt sein, damit das funktioniert. TNT fliegt bis nach T. Ist kein Problem. Ähm. Denn ich hab hier in meinem Tempel ne versteckte Kanone. Was? Ich weiß. Hab ich schon gesehen. Da hab ich noch reingebaut. Eine Kuhkanone. Ist doch scheißegal. Hauptsache ich hab den T. Ist cool, ey. Die Hütte hat ja immer noch keiner abgerissen. Aber natürlich. Ich denke ihr wollt ihr die Hütte abreißen da hinten. Ähm. Achja, weil ich euch eh gerade hab. Ihr baut ja gerade am Swinger Club weiter, ne? Ja. So auch nicht. Ihr habt ja da unten ne Bahnstation. Ja. Darf man da noch anbinden? Ja. Okay. Hab ich gebaut die Bahnstation. Kannst ruhig machen. Gibt's eigentlich was auf dem Server was ich nicht gemacht habe? Äh. Du könntest mir noch bei was helfen. Was denn? Ähm. Also ich hab mir jetzt das so gedacht. Wenn der Tempel fertig ist. Nein. Ja. Äh. Ne Bahnstation zum Swinger Club zu machen. Und ob man von da aus nicht über meine Station ähm eventuell ne Station in die Wüste machen möchte. Falls noch wer Sand oder Sandstein braucht oder so. Was hast du denn hier gebaut? Du willst was? Von Swinger Club wohin? Äh. Zur Wüste. Oder von mir. Also quasi. Es geht ja sowieso jetzt dann ne Bahn zu mir von euch. Ne? Ja. So. Und äh. Dass man dann quasi bei mir sagt man könnte in die Wüste weiterfahren. Sind nur ungefähr 1500 Blöcke. Kannst du noch machen? Ja du. Mit mir. Zusammen. Du machst doch sowas so gerne. Äh. Nein. Er hat also jetzt so einen drauf gesetzt. Diese, diese, diese Begeisterung. Ne das ist falsch. Wenn du da schon einen drauf hattest. Ich hab, ich hab dir ja einen ganzen. Komm mal. Nein das war falsch. Ne ist doch richtig. Ne ist falsch. Wieso? Auf den. Na guck mal von hier. Es steht doch, es ist doch falsch. Achso. Ja. Pass auf. Du fängst mit denen an. Hinten gegen. Okay. Dann musst du einen hier hin machen. Den vergisst du wahrscheinlich immer. Weil der nicht im Bild auftaucht. Ahja. Und dann kannst du den ja dran machen. Achso. Ich guck dir das nur noch zu. Ich glaub das ist viel lustiger. Ja. Um Gottes Willen. Das Tunnel ausheben ist nicht ganz so spannend Blaze. Ich weiß. Ne ich werd das offscreen machen. Deswegen. Wir haben das gestreamt. Wir haben das tatsächlich gestreamt. Psst. Ruhe. Sonst wollen meine Abonnenten wieder einen Livestream. Ja. Schreibt jetzt wieder das Video wenn ihr Livestream wollt. Wie Blaze eine U-Bahn angeschlossen wird. Ich hab doch im Moment keine Zeit. Ich wollte eigentlich am Samstag streamen. Aber geht nicht. Ach du bist ganze Wochenende nicht da oder was? Ehm. Freitag sind wir auf dem Geburtstag eingeladen. Samstag hat meine Mama Geburtstag. Der fällt mir grad ein. Ich kann Freitag übrigens auch. Passt ja. Ich muss so äh. What. Ich hab. Hochzeit. Na siehste. Wie viele Katzen. Ja aber später kann ich dann. So und jetzt. Mach das gleich immer so weiter. Ach jetzt muss ich immer unten einen hinstellen auf dem Boden quasi. Ne hier musst du einen gegen machen. Gegen diese Wand hier. Von hinten? Ja. Genau. Jetzt musst du wieder ein Stück zurück laufen oder musst du da gegen machen. Hallo User. Jetzt hat er das. Jetzt hat er das. Guten Tag. Aber ich kann immer einen von hier aus dagegen machen. Dann können wir das schneller machen. Dalu. Eine Ausnahme hier. Sprengen. Guten Tag alle. Guten Tag. Ab und wo sprengen. Hast du noch Schwarzpulver? Ne. Ich hab ein anderes Problem. Oh ey. Welches Problem? Erstmal bin ich gerade. Nein. Ich bin gerade ja gestorben wie ihr im Chat gesehen habt. Das war der Laufpack Virus. Ne. Was an der Spawn Zone liegt. Ich bin ja gerade oben an der Wolkenstadt am bauen und ich merke gerade, dass ich da einfach nichts hinsetzen kann und aber da herlaufen wollte. nicht wahr. Ja, da kannst du nicht hinbauen. Ist halt so. Würdest du das bitte auf den Himmel reduzieren? Das kann man nicht reduzieren. Dann kannst du... Aber du solltest ja EOP kriegen, dann könntest du das auch bauen. Gut dann... Aber eigentlich ist das 300 Meter um den Spawner. Das darfst du nicht bauen. Es ist nicht... Ich bin genau 301 Blöcke hoch. Also hier wird beschissen dann. Hier wird beschissen. Ne, ne. Das ist nicht eine Kugel. Das ist Fläche quasi. Die ist nach oben unendlich. Ne. Hier wird beschissen. Also ich warte auf meine Rechte und setze hier meine Wolke hin. Schummler! Schiebung! Pfui! Deswegen bin ich gerade gestorben. Ich setze den Block hin. Ich dachte meine Shift-Taste ist... Also meine Schleichtaste ist kaputt. Warum bin ich denn da runtergefallen? Jetzt merkt er, dass ich da nichts hinsetzen kann. Jetzt haben mich alle an die Villager ran wollen.